Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und diesmal auch mit Musik, die aber ein bisschen zu laut ist. So, und zwar auch in einem anderen Texturpack und die Map ist wieder da und die funktioniert auch genauso gut. Ich habe jetzt das Wachs, Spax, das Spaxende, das, ich kann es nicht wirklich leiden, aber ich habe einfach, ja komm, mach es einfach auch mal rein, einfach nur weil es auch drauf passt. Und jetzt lackt das wieder so rum, was denn los? Ich laufe ja auf gerade mal knapp 10 FPS rum, das ist gar nicht so schön. Sonst habe ich doch auch immer, ich kann es jetzt an dem Ordner, den ich auch aufhabe oder was? Ja, jetzt darf ich, wollte ich mich jetzt verarschen, weil so ein scheiß Ordner auf war. Ach, ich muss jetzt die... So ein scheiß Ordner gerade auf war. Ey, ihr wollt mich doch trollen. So, dann laufen wir mal eben hin und gucken mal, ob wir unsere Spitzhacke wenigstens ein bisschen reparieren können. Wollen wir sie, wie sieht sie denn aus hier? Äh, Gehirn. Wie sehen wir denn aus? Äh, okay. Ja, dann... Ich habe übrigens gerade in der Testaufnahme mal eben kurz genehmigt, etwas zu essen. Weil ich gerade fast am Sterben war. Nehmen wir es mal eben... Oh, nur noch drei Diamanten, ah! Das ist nicht viel. Ich glaube auch mal, wir können wenigstens ein bisschen reparieren, das Ding. Ach, was mache ich denn hier? Was? 26 Level? Ach komm, das schaffen wir auch nochmal eben, ne? Mal hier irgendwie noch kurz eine... Ein, äh, Schwert. Irgendwo ein Schwert hier vor Ort. Beim Opa Ceron. Der hat eigentlich keine Schwerter? Was ist denn bei dem los? Irgendwo Eisen noch drin? Ne. Eisen haben wir auch nicht dabei. Super, dann müssen wir uns mal eben... Sticks haben wir dabei, das ist super. Ja, ne, so sagt man, was ihr auch von dem Textjob weghaltet. Ich halte nicht allzu viel davon. Ich glaube, ich werde es auch gleich mal ändern. Dann ist die Workbench da, da, da. So. Sortieren wir das Inventory mal ein bisschen. Oh, es wird sogar Nacht, das ist ja super. So. Ich konnte ja auch perfekte Musik gerade so fighten, das ist ja... Da stimmt ja gerade alles hier. Also ein bisschen kann ich die Musik auch lauter machen. Au und au. Du, 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 du. So. Äh, Monster? Hallo? So. Äh, wie süß. Ich muss sagen, ihr seht in jedem Textaffekt gleich scheiße aus, ihr Kack-Creeper. Du, 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 du. Ja, übrigens, eigentlich habe ich das schon ausprobiert, aber falls ihr im Hintergrund irgendwas hört, dann seid nicht böse drum. Ich habe hier halt noch hinten, der Max ist halt gerade am zocken. Dann kann es sein, dass ihr ein bisschen was von ihm hört. Ach, warte. So. Der Zombie-König. Der Zombie-König. Also ich habe, ich habe mal geguckt, ich habe keinen Ausschlag davon. Aber das heißt ja auch nichts. Weil, wie sieht der denn aus? Der Zombie-König. 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 Komm mal her jetzt. Ich habe nicht mehr ein zu viel Life. Und, äh. Alter. Dankeschön und schnell was essen. So, lass mich schnell was essen hier, Leute. Sonst sterbe ich gleich. Und das wollen wir alle nicht. So. Noch vier Level und dann haben wir unsere Spitzhacke. Ich werde das demnächst so machen, wenn wir dieses Encharming-Ding haben, dann ist es eigentlich sau cool. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Warum macht der das nicht nachgeschoben? Ähm. 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 Was ist denn da? Bisschen zu laut gewesen. So. Dann werden wir auch ein bisschen mehr... Was ist denn? Also, okay, das ist unser Eingang zu gewissen, äh, Häuslichkeiten. So. Dann wirst du sterben. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall werden wir das so machen, dass ich dann, bevor ich so eine Waffe repariere, da, äh, die Sachen runterhole und danach wieder drauf mache hier die Enchantments. Aua, aua, aua. Was? Wer? Ach, komm. Leck mich doch fett. Hihi. Ähm. Flieg halt in Luft, Junge. Zu uns? Der hat uns von da hinten aus gesehen? Was ist denn bei dem anders? So. Ich höre einen kleinen Mini-Zombie. Aua, ich sehe ihn. Au, ich sehe zwei. Was ist denn da los? Los, lass mich. Stirbt. Sterbt. Und noch zweieinhalb, ne, zweieinhalb Level. Ne, zwei Level ungefähr. So. Ja, das Textureback werde ich gleich mal ändern. Das ist, ich mag's nicht. Ich find's doof. Ich find's doof. Ich find's nicht so prickelnd. Ah. Nicht sterben. Also nicht ohne mich. Ha, ha, ha. Alter, wie soll man denn den Bitsch in den Wasser kriegen? Alter, jetzt leck mich fett, Junge. Alter, verpiss dich. Mach dich da nicht ein. Okay, Mond ist gerade so auf Mitte. Dann haben wir hier eine fröhliche Spinne, die fröhlich auch in den Tod springt. Nein. Ja, das war jetzt nicht so toll. Alter, so. Ach. Schön. Na komm, schnappen wir uns die beiden mal. Und dann mach ich schon so einen scheiß Ausweichmanöver und der kriegt mich trotzdem noch. Ey, äh, Creeper, wo läufst du denn hin? So, nehm ich mal eine Erfahrungspopel mit. Da hinten sehen wir einen Zombie, den nehmen wir uns auch direkt mal mit. Und dann haben wir einen Schleim? Haben wir da gar kein Sumpfgebiet. So. So. So, mein lieben Monster. Ach du Scheiße. Creeper, 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 Creeper. Alter, wie viele Creeper haben wir hier bitte? Ach. Vor allem, wenn ich selber in die Luft springe, dann gibt's keine EP, Mann. Hallo. Es wird schon wieder Tag und ich hab immer noch meine EP nicht voll. Mal sehen, ob wir das mit den paar Monsteren hier noch hinkriegen. Alter, so ein scheiß kleiner Zombie, Alter. Schon wieder, Mann. Ja, komm, kriegen wir hin. Au, nein, 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 verpiss dich, verpiss dich. Lass mich. Alter, was? Lass mich doch in Ruhe, Mann. Der schießt auch nach hinten, ne? So, jetzt sind wir Level 26, meine lieben Freunde. Und wir haben arg Hunger und sind fast tot. Na, mit einem rohen Hüchchen werden wir krank? Scheiße. Nein. So, dann gehen wir mal hier rein. Und dann das hier rein und mit drei kriegen wir die erst voll. So, dann machen wir so und dann bringen wir das mal eben weg. So, die Diamanten wieder da unten hin. Und dann bringen wir einfach das ganze Pröll, den wir jetzt dabei haben. Tun wir mal eben einfach hier in die normalen Kisten rein. Lass mich mal durch. Einfach hier so random rein. Äh, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. So, das kann alles weg. Dann gehen wir uns eben die Steine und die Steinziegel zurückholen. Ne, Steinziegel hat man abgelegt, ne? Dann die und... Dann haben wir uns mitgenommen und... Das war's glaube ich. Braucht man Schaufel? Ja, Schaufel brauchen wir noch ein paar. Aber Schaufeln haben wir noch hier einige. Reisen... Ach, das sind Hacken. Ach, Schaufeln haben wir gar keine mehr. Oh! Dann machen wir mal eben... Hier fünf, das reicht dann auch. So, dann machen wir hier mal eben... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und... So, dann haben wir hier fünf Schaufeln. Lass mich mal durch. So, dann geh ich aber mal eben ganz kurz zum Kühlschrank und holen mir was zu trinken. So, da bin ich wieder. Dann muss ich aber eben auch was trinken. So, dann... So, dann...